Beste Bildung, wirtschaftliche Vernunft und eine allgemeine Aufbruchsstimmung in dem Land Bremen, das ja in so vielen Fragen unter dem Durchschnitt bleibt. Damit hat Lenke auf die richtigen Themen gesetzt und sie hat auch den Nerv in dieser Stadt getroffen, ganz großartig gemacht. Das ist auch eine Richtungsanzeige für die FDP bundesweit. Wir danken jetzt den Wählerinnen und Wählern in Bremen und Bremerhaven für diesen Vertrauensvorschuss. Wir versprechen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Wir wissen, das ist nicht die Bestätigung, dass die FDP ihr Comeback schon abgeschlossen hätte. Aber es ist eine Ermutigung, diesen Weg mit großer Entschlossenheit und Kraft weiterzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank.